Zur Preisverleihung Bauunternehmen des Jahres 2015 begrüßen wir alle Teilnehmer, alle Gewinner, alle Gäste und natürlich auch unsere Partner. Wir als BW Bau GmbH, Institut der Bauwirtschaft, haben uns sehr gerne an diesem Wettbewerb der TIS beteiligt, weil es für uns einfach wichtig ist, dass Bauunternehmen diese Gelegenheit auch wahrnehmen, sich in der Presse und auch in der Öffentlichkeit einmal mit all ihren Leistungen zu präsentieren. Für DAFTrucks Deutschland war das jetzt natürlich eine große Ehre, bei der Verleihung des Bauunternehmens des Jahres 2015 dabei zu sein. Ich finde es eine tolle Gelegenheit, sich als Firma zu präsentieren, sich einem objektiven Vergleich zu stellen durch Fachleute, die wissen, von was sie sprechen, den eigenen Stellenwert damit zu erkennen. Dieses Podium, das Sie hier bieten, finde ich ganz toll, um den Baufirmen Chance zu geben, an sich zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln, die Mitarbeiter zu motivieren, dass es sich rentiert, gute Arbeit zu leisten. Wir sind als MEFA-Schallungssysteme von Anfang an beim Bauunternehmer des Jahres dabei, weil wir überzeugt sind, dass herausragende Leistung in der Bauwirtschaft nicht nur gefordert und gefördert werden muss, sondern auch Anerkennung verdient. Die Nemethek-Bausopfer freut sich, diese Veranstaltung unterstützen zu können. Wir finden es toll, dass gute Leistungen, sehr gute Leistungen honoriert werden. Ich finde diesen Wettbewerb ganz großartig, deshalb ein ganz herzliches Dankeschön an die Ausrichter, den Verlag und die Technische Universität München und einen herzlichen Glückwunsch an die Preisträger. Hier wurde deutlich mit fantastischen Projekten, dass soziale Innovation und technische Innovation zusammengehören. Die Firma Topcon ist einer der führenden Hersteller im Bereich der Positionierungssysteme weltweit und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Forum nutzen können und dürfen, um das Baustellenmanagement, das Prozessmanagement und Optimierung von Baustellen darstellen zu können. Heidelberger Beton hält es für sehr wichtig, den Bauunternehmer des Jahres zu kören, weil nicht nur alleine der Beton an sich in einer guten Qualität ist wichtig, sondern auch die Qualität des Bauunternehmers. Wir sind sehr, sehr stolz natürlich. Das ist ein Sieg unserer Mitarbeiter und das ist letztendlich auch eine Bestätigung unserer Strategie. Wir setzen auf Qualität, wir setzen auf Prozessorientierung, wir setzen sicherlich für die Zukunft auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das sind, sagen wir mal, die Eckpfeiler unserer Strategie und unserer Ausrichtung. Und dass das hier gebenchmarkt wird, ist für uns eine Riesenchance und ist eigentlich ein Vorbild für die ganze Branche. Wir können nur überleben, wenn wir uns den Herausforderungen stellen und wenn wir auch die Qualität wieder in den Vordergrund stellen. Applaus 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 Vielen Dank.